Am Rande der Klausurtagung hat sich CDU TV zwei prominente Gäste zum Tischgespräch eingeladen. Zuerst haben wir geredet mit Robert Zollitsch, dem Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz. Und anschließend sehen Sie das Gespräch mit Dr. Margot Käßmann, Landesbischöfin und Vorsitzende des Rates der EKD. Herr Erzbischof, mit welchen Erwartungen sind Sie heute zur Klausurtagung der CDU gekommen? Ich freue mich über die Einladung und sehe es als Chance an, gemeinsam über Dinge zu sprechen, die uns, sowohl die CDU wie auch die katholische Kirche und die ganze Gesellschaft bewegen. Dazu gehören für mich vor allem die Werte, aus denen unsere Gesellschaft lebt. Und dass ich auch die Sorge mit ansprechen kann, dass unsere Gesellschaft in Gefahr ist, weiter auseinanderzutreffen. Und was wir da jetzt von der Seite der Kirche, auch von der Seite der Partei, in der Politik dann auch tun können, damit da einiges wieder besser wird. Sie sind zu Besuch bei der Partei mit dem C im Namen. Ist das was Besonderes? Ja, das ist schon etwas Verbindendes. Das C in der Partei und das C für uns als christliche Kirche ist etwas Gemeinsames. Und da ist auch eine Chance drin, uns gemeinsam darauf zu besinnen und uns eine Herausforderung zu stellen, die mit dem C uns gegeben ist. Was kann die CDU von Ihnen lernen oder mitnehmen? Ich glaube, dass wir der CDU helfen können, sich wieder neu auf die Werte zu besinnen, von denen wir leben. Dazu gehört für mich etwa auch die Solidarität, der Gedanke, dass es allen in der Gesellschaft möglichst gut geht und dass wir dann auch Verantwortung tragen für die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Dass diese Solidarität eine zentrale menschliche Aufgabe ist und dass unsere Gesellschaft die braucht, sonst schriftet sie auseinander. Frau Bischöfin, haben Sie sich über die Einladung zur Klausurtagung gefreut? Ich habe die Einladung gerne angenommen, weil ich es wichtig finde, dass unsere Kirchen mit den politischen Parteien in einem Gespräch sind. Und so ein Hintergrundgespräch ist immer gut. Mit welchen Erwartungen sind Sie heute hier hingekommen? Ich freue mich darauf, dass wir einerseits, das muss ich doch auch sagen, Politikerinnen und Politikern den Rücken stärken, weil ich denke, in diesem enormen Druck brauchen sie auch das Wissen, dass wir ihnen diese Verantwortung, die sie wahrnehmen, zutrauen. Zum anderen werden wir aber auch die Sorgen der Kirche in vielen Bereichen vortragen. Ich nehme etwa das Thema Kinderarmut oder Pflege. Was kann die CDU von Ihnen lernen oder mitnehmen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Parteien von der Kirche lernen, aber mir ist wichtig, dass sie hören. Dass sie hören, was zu sagen ist, weil Kirchen ja nun wirklich vor Ort die Nöte der Menschen sehen. Und ich denke, die gemeinsame Sorge der evangelischen und katholischen Kirche ist doch diese große Not vieler Menschen, die nicht wissen, wie es weitergehen soll, die Angst haben vor der Zukunft, um ihren Arbeitsplatz und auch um die Zukunft ihrer Kinder. Meine letzte Frage. Wie bewerten Sie aktuell, anno 2010, das Verhältnis zwischen Kirche und Politik in der Bundesrepublik? Ganz anders als die Medien das oft sagen, Kirche wird immer weniger, habe ich den Eindruck. Gerade in einer Zeit, die nach Werten sucht, nach Orientierung, nach Beheimatung und Verwurzelung, werden die Kirchen durchaus gehört.